Die Interliving Sesselserie 4530, überzeugt durch Ihre individuellen Komfortmöglichkeiten. Hinter der exklusiven Optik verstecken sich viele optionale Funktionen, die individuell an Ihre Wünsche angepasst werden können. Zum Beispiel die Relax-Funktionen. Ob sitzen oder liegen, Sie entscheiden selbst, in welcher Position Sie sich am wohlsten fühlen. Nicht nur die Sitzposition können Sie anpassen. Auch das Kopfteil des Sessels ist individuell verstellbar. Auch optisch ist der Interliving Sessel Serie 4350 ein echtes Highlight. Die gepolsterte Armlehne, die aufwändige Kontrastnaht und die hochwertige Steppung im Rücken machen den Sessel zum Hingucker in Ihrem Wohnzimmer. Natürlich können Sie auch die Farbe und den Bezug frei wählen. Perfekt ergänzt wird das Sofa durch das Interliving Sofa Serie 4252. Die Interliving Sesselserie 4350 trägt das goldene M der Güte-Gemeinschaft Möbel und hat fünf volle Jahre Herstellergarantie. Interliving Möbel für mich gemacht.